Perfekt, dann brauchen wir dich und brauchen dich, jetzt müssen wir das Feld wieder vergrößern. Müssen wir gleich mal schauen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, das heißt, hier noch eine Reihe runter. So, wir müssen so dreier Reihen haben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, die Reihe dann noch. Dann wird das ganze praktisch. Wir müssen noch ein bisschen intelligent hin. Gut. Ah, mit dem Scheiß-Boom oder was? Mach ihn weg. Kann ich auch noch brauchen. Fort mit dir. Hä? Ach so, der war noch respawned in der Hinsicht. Okay. Und ja, ich bin froh, wenn das Ding soweit gewachsen ist. Wir haben unsere Werkzeug haben, meine ich. Gut. So, besser. Kann man nicht immer so gießen. Zack. 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 Da geht es logischerweise nicht. Jetzt gehst du mal kurz durch. Vielleicht nicht weiß. Machen wir es gegossen haben. Ist nicht wild. Die Reihe noch g'schwind. Das ist gut. Können wir anpflanzen jetzt. Äh, Wasser, 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 Wasser. Wir brauchen hier noch eine Reihe. So. Kacke. Frage ist halt auch, Vogelfutter selber herstellen, ne? Natürlich auch nicht. Nicht ganz uninteressante Sache. Sind die fertig? Äh, ich dachte gerade. So. Dann noch die Kartoffelis drüben. Wir finden ein Stück. Das war es auch klug, Herr Boogie. So. Sehr gut. Wir haben 14.20 Uhr schon wieder. Das meine ich mit Bestellung. Ich raff's nicht. Was muss ich da machen? Zutat Weizen. Ja. Muss ich da jetzt Weizen holen? Brauche ich dafür zutatrote Blätter? Ach, dann kriege ich Punkte dafür. Jetzt kapiere ich das. Zutat. Zwei Fässer. Das reicht. Brauchen wir jetzt nicht gerade nix. Eisen brauchen wir mal. Ja gut. Dann, äh, Wasser holen. Gucken, wie es innen drin aussieht. Ob mal eventuell... 14 Uhr. Hi, Katze. Grün-Tee-Blätter annehmen. Was ist das? Ruchtsaft. Ja, aber nur zwei. Schlecht. So. T-T-T-A. Aufbau-Modus. B. Nee, soll schon da wo drauf. Öffnen. Da habe ich zu wenig. Das lohnt sich nicht. Ah, das sind glaube ich hier fertig. Das könnte vielleicht hinhauen. Könnte vielleicht hinhauen. Bitte weitermachen. Danke. Okay. Tee. Brennstoff. Da kann man auch füllen. Haben wir was dabei, was wir einlagern können? Oh, ich habe die vergessen. Shit. Ja, kurz einlagern gehen. Sekunde bitte. Einpflanzen meine ich. So. Sehr gut. Dann schauen wir hier noch kurz vorbei. Oh, ich würde herstellen. Wie viele haben wir das? 16.10. Okay, bis wir danach. Hat ein bisschen geschickt. Hallo, Katze. Haben wir jetzt noch Wasserheimer am Start? Nö. War ja klar. Das ist echt nützig. So. Viel Spaß. Ich war es einfach ruhig, wenn wir ein Wasserheimer. Okay. Was? Alles, wenn ich Wasserheimer benötige. Wasser an sich. Und fast mehr. Gut. Wunder. Ist Bier fertig? Wie? Oh, yes. Geh, reift. Sehr schön. Da reift das nächste Wissern. Nennst du mal ein Prozent? Ah, ah. 17 Uhr. Komm, dann mach mal auf. Ah, nee. Das reicht. So. Moinsen. Ich hätte nur was vergessen. Komm. Wie? Die wollen alle Tee? Was ist denn jetzt los? Habe ich eigentlich mal wieder Bier am Start? Und der kommt mir so? Ja, immer der erste Ansturm hier. Kines. Kines. Dann kommt es durchfisch. Was, was, was? Wow, 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 wow. Abflug. So, der erste ist schon mal versorgt. Wisch mal kurz durch hier, ne? Machen wir auch nochmal geschwind. Ja, jetzt musst du warten. Ich muss erst mal Tische wischen. Ja, die sind ja am Knirschboden und alles. Was für die Scheiße, ich lebe das. Ah, guck, der war schon hartwäckig. Ey, ich stammt fahr gleich auf zur Boden, Fräulein. Esser mal ruhig hier, ne? So, nochmal kurz durch, wir schon. Jetzt müsst ihr warten auf die Schweinebrühe. Okay. Wieder durchwischen. Ja, schön sauber muss es hier sein. Ja, perfekt. Jo, sie wollen Tee. Kriegen sie. Und ein paar neue Gäste rein. Ja, da gibt es auch noch ein Bier. Da muss ich kurz Bier auffüllen. Ja, jetzt muss ich erst mal wischen. Jetzt müsst ihr warten, ne? Jo, ist kalt, ne? Kannst du streicheln? So. Tisch jetzt mal kurz wischen. So, jetzt kriegst du dein Bier, mein Freund. Dann wische ich hier mal kurz durch. Wisch das hier kurz weg. Dann wische ich bei euch. Ja. So, jetzt muss ich abends. Jetzt kommen sie her, weil alle mehr saufen, die Schweine. Ja, Sekunde, muss ich kurz hier sputzen. Meine Fresse, du. Sorry, ich hatte ihren Böbel leider. Tut mir leid. Weil ich jetzt halt einfach gerade der Punkt. Die müssen halt hart in Vorkasse gehen mit den ganzen Sachen. Also, um Bier zu produzieren. Aber es lohnt sich. Und Tee ist ja zum Glück eine recht angenehme Sache. So, hier auch noch kurz mal wischen. Komm gleich zu ihm. Muss noch kurz durchreinigen. Hygiene und so, ne? Sie wissen ja, wenn das WKD kommt, es gibt Stress. Oh, was ist denn hier los? Malheur passiert. Sekunde, Böbel am Start. Oh, der saß eigentlich. Der Letzter hat richtig fürs Fressbrett gekriegt. Das ist auch sein. Jupp, kriegen sie schon. Danke. Ich muss hier kurz wischen. Sorry. Ah, wie gesagt, mehr Tische muss das echt nicht sein. Wir kommen dem hinterher. Muss auch füllen. Ah, hab ich noch mal. So. Aber wenigstens geht es ja so ab, äh, dass wir doppelt bedienen, ne? So. Ha, freut mich, wie die Rechte schön war. Ja, wir kriegen auch noch was. Dann müssen wir nicht kurz den Dreck wegmachen. Jetzt müssen sie warten. Das muss man sagen, kann ich irgendwie irgendwann zu risch. Ja, komm her schon. So, mit auch noch was. Ist doch mal gut. Feierabend jetzt. Boah, ist der Ortslevel langsam, da? Keiner mehr was? Gut. Auch recht. Yeah. Ein schönes Wares Personal. Ja. Fertigkeit, Punkt 1, äh, Rezeptfragmente 10. Sehr schön. Sehr, 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 sehr gut. Frage schon, was Personal kostet. Na? Das, äh, könnte nicht teuer werden. Ja. So, Katze. Haben wir da drüben noch was? Äh. Mach's dir mal da weiter. Mal kurz zum Keller gehen, nachgucken. Jetzt kann schon mal Reifen. Kann man anders fördern? Ne, aber bis morgens sind die soweit. Ihr seht, das ist die Produktion, das muss knallen, das ist übel. Katze, streicheln, danke schön. Fluffy. Ja. Nächster Punkt ist eigentlich Hühnerstall, ne? Sehr wichtig. Uh, das Herz wird immer voller. Lass mal von so'n Stammbier wieder. Halt! So. Die Produktion hier ist mir da ja noch viel zu klein, ihr Glück hat gefühlt. Oh, boah, noch zum Reifen. Ich auch noch, das wird heute, aber schon noch Jungbier, ne? Und nachdem geht's dann wieder nix. Da drübel ich noch was. Oh, hey, da noch Schnapsbrennen und eine ganze andere... Du, 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 wohin denn? Woher hab ich denn das ganze Zeug? Ach, ist roter Tee? Hey, ne Bestellung, ja. Hier kannst du deine Bewerber sehen. Es gibt vier Arten von Angestellten, du kannst aber nur von jeder einen einstellen. Mitarbeiter können bis zu drei positive Eigenschaften und eine negative haben. Wenn sich dein Ruf verbessert, kannst du bessere Mitarbeiter mit besseren Eigenschaften einstellen. Hier siehst du die verfügbaren Expertenpunkte, die du nutzen kannst, um die Eigenschaften eines Angestellten zu verbessern. Die maximalen Stundenlöhne der Mitarbeiter findest du ebenfalls hier. Fünf Silber. Ach du Scheiße. Sobald sie eingestellt sind, kannst du den Lohn verringern, indem du die Stufen ihrer Eigenschaften mindestens, mindestens oder aufgeben aus ihrem Arbeitsplan nimmst. Frühaufsteher. 6% Preise für servierte Produkte vor 16 Uhr. Ne, fliegt nach aus. 4% Preis für servierte destillierte Getränke. 5% Chance, Getränke aus dem Hand zu verschütten. 6% Chance, den teuersten Produkten im Menü anzubieten. Sehr gut. 20% Chance, keine Pausen mit der Arbeitszeit zu machen. Sehr gut. Kommt jetzt zu spät zur Arbeit, sobald ich die Fahne öffnet. 6 zusätzliche Kunden über das Maximalkapazität. Hätte ich jetzt nicht so Stress mit bei ihm. Am Barkeeper. Kellner, Türsteher, Haushälter. Warte mal, ne. Kann ich ja wieder kündigen. Ich erinnere mich an meinen Gliedfäser. Aber sie beginnt erst nach 20 Minuten zu zählen. Oh, sehr gut. Oh, Gott, nein. Oh, Gott, nein. Okay. Das ist nicht so wild. Kellner wäre mir recht. Ich will den Kündiger. Der letzte Mal fängt an zu beurteilen, wenn du die Taverne öffnest. Du findest mehr Informationen über deinen Mitarbeiter mit dem J klickst. Auf der Seite kannst du deinen Mitarbeiter verwalten. Mitarbeiter kommen zur Arbeit, wenn sie die Taverne öffnet und eine Key-Option ausgewählt hast. Wenn sie... Durch die Aps kommt der Mitarbeiter nichts in die Taverne und wird auch nicht bezahlt. Ihr entscheidest, du welcher Aufklärung dein Mitarbeiter zu verwirrt. Ich habe eine Vorbereitung. Wenn der Mitarbeiter deaktiviert wird, der Mitarbeiter auf sich zu erledigen. Sein Lohn wird von seinen Aufgaben beeinflusst. Je weniger Pflichten. Er hat also niedriger seinen Lohn. In dem du Expertenbundig verteilst, kannst du die Eigenschaften eines Mitarbeiters verbessern. So für einen Freigestellte kannst du jede Stufe einer Eigenschaft deines Mitarbeiters aktivieren. Eine niedrige Stufe verringert den jeweiligen Bonus. Verringert aber auch das Gehalt des Angestellten. Okay. Jetzt schwarz doch mal mit den E2. Tische servieren, aufräumen. Aufräumen würde ich dann machen. Selbstbedienung, Serviertablettvorbereitung. Okay. Lassen wir mal so. Testen wir's. Oh, Kartoffeln fertig. Nö. Hi, Mann. Was wir bräuchten, sind eigentlich mehr Fässer, viel noch mehr Bier. Wir brauchen noch mehr Nägel. Dafür müssen wir jetzt Eis und Klopfen gehen. Oh, noch ein Hühnerstall. Heißt, wenn wir mal eingestellt haben, dann können wir eigentlich auch mehr Tische bauen. wiederum Gegenzug, ne? Ich bin ja kurz den Süden runter. Ich hätte halt gerne große Tische, ne? Ich will die eigentlich nicht kaufen. Ich glaube, das machen wir als erstes. Tische und Tischbänke. Wollen wir mal einen Zusatztisch haben. Äh. Eisennägel, Holzstange. Holzstange, Holzstange, Holzstange. Ach, schon fertig ist es mal so cool. Ach, Brennstoff fällt schon wieder. Schmelzofen. Schmelzofen. Sieht so oben aus. Auch schon was durch. Ne, noch nicht. Komm, mach hinne. Dankeschön. Kleiner Tisch. Kleiner Tisch. Holzbretter. Nö! Du brauchst von allem immer alles. Es ist unfassbar. Das ist voll der Loop. Das muss aber auch nicht gehen. Kann da passiv laufen das Ganze. Das geht zum Glück schnell. Holzbrett da. So als Stinkchen kann ich verstehen, dass es da war. Mach doch hin, Mann. Ein und acht, wir brauchen gar keinen Kupfer. Scheiße. Ich will mal schauen, was eigentlich so ein Huhn oder so kostet. Was nochmal die Stallscheiße kostet, auch. Verpisst euch, Mistviecher. Was ist das für ein Schaf? Echtes Clown? Wo ist denn der Ander jetzt? Ist der im Laden oder was? Ne, da ist er. Ey, Opa. Ja, ja, was leid denn hier? Äh, Hühnerstall. 15 Gold. 15! Und der Stall? 30. Oh Gott, ich werde Hartz IV empfangen müssen, um das zu kriegen. Boah. Hallo. Ja, Holly, ja, schön, aber keine Zeit. Äh, Tier kaufen. Geschäft. Futtertisch. Getreidemischung. Hoi, Futtertisch. Ja, das ist wichtig. Das braucht immer. Medizin, Vitamine, ach du Scheiße. Schuhe, super. Ich glaube, dass man jetzt so ein Scheiß verkaufen kann. Füße sehen aber schön aus. Amts so schön designt, muss man sagen. Du, 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 du. Spurlings. Da geht's auch noch wohl hin. Das ist halt, warte, 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 das war dumm. Da unten war doch noch Eisen. Na, Arsch voll. Ich weiß ja, ich sag ja aktuell noch gar nicht, wofür wir Kupfer brauchen. Ja, der hat ein bisschen gebackt. Aber ist okay. Da kann das rechts unten, das rote, neben der Schnaußfahrleiste, mehr Pilz, aber das ist ein Vogel. Karts sind es jetzt nicht. Oh, sehr gut. So, wenn er halt nicht offen ist, ist er halt auch recht, ne? Was ist das? Kupferbarn. Das Kupferschad, achso. Achso, ein Brennstoff. Doch, gerade. Achso. Ach, nochmal ein paar Nägel. Wasser brauchen wir keins. Angestellte haben wir jetzt. So, dann müssen wir uns kurz absicheln hier. Gut. Kerzen soll ich demnächst noch kaufen. Kostet mir wieder so viel Geld und Deko und Scheißen. Circle of Bullshit hier. Machen wir mal noch ein bisschen Fleisch. Ja, machen wir Tee wieder, bitte. Danke. So, dann gehen wir wieder. So. Gut, äh, mach mal auf. Es muss rein, das. Es muss rein, das. Da mal Food, Food. Das kann rein, das kann rein. Ne, sonst passt alles. Gut. Nochmal da. Die reift nochmal mit. Da lohnt sich's noch nicht. Das reift noch. 76. Ja, okay. Wir haben jetzt schon ein bisschen das auf keinen. Aber trotzdem, das muss klatschen. Irgendwann ist der Laden so groß. Weiß ich gar nicht, wo vorne und hinten ist. Auf mal, warte mal. Der kann da hin. Das geht nicht. Ja, da machen wir's mal kurz so. Ich muss noch kurz warten, dass der andere... Äh, der andere Tisch hab ich doch. Äh, ich mach noch die Bänke. Irgendwas muss man immer kaufen müssen. Irgendwann noch drumherum. So, da haben wir... Nein, haben wir jetzt beides die Bänke? Ja. Gut. Oh, ein Kerzenhalter, ich mogli. Mach mal. Ach, das macht's doch zum Glück. Muss ich extra draufdrücken. Na, sehr gut. Groß und Runde platzt. So. 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 Kann ich den nicht drehen? Ah doch Was soll die Scheiße So Was haben wir denn? 13,35 Okay, dann können wir sogar noch rüber gehen und ein paar Kerzen kaufen Das ist einfach der Punkt Wie baut man Kerzen zum Fick? Bierkuchen, wir brauchen Regal, da brauchen Scharniere Wir gehen erst kurz rüber Kerzen kaufen, von dem Laden zu machen Ich meine, die waren scheiße teuer Ein paar Silber kosten die Das ist unfassbar Ich sage das, wie eronnen will, da kommen Sie wieder Ich sage das, wie wir das sein können Und dann können wir ja mass caressen Diese Thats million Personen River hate e